so ja haben wir heute bestimmten tag ja 19 19 also was zumindest wie ich vorhin noch im kalender geguckt habe ja 19 12 die jahreszeit hat auch gestimmt also die jahreszahl nicht zeit ja jahreszeit auch kalt draußen ich wüsste wie wir die finger ein bisschen werden können gehen wir einfach mal aufmachen ein bisschen frisch luft reinlassen ja genau am besten vom playtief kalender von dem hier ja wo ist das misting misting kommt und da haben jetzt habe ich ja alle drei gehabt die dritte flamme genau jetzt haben wir alle drei flammen jetzt wird es langsam eng aber ganz eng ja das ist schon hier drei flammen das ist schon groß brand fünf türchen dann hat sich das erledigt ja ja also die drei flammen hat uns einfach mal in die kommentare was überhaupt von dem kalender haltet und von der aktion die wir hier machen wird mich interessieren und ja dann würde ich sagen wir sehen uns morgen wieder genau